Beatrice Egli und Florian Silbereisen, erfüllt sich jetzt ein großer Wunsch? Nicht nur auf der Bühne ein unschlagbares Team, sondern auch vor der TV-Limse? Beatrice Egli träumt von einer Gastrolle auf dem Traumschiff an der Seite von Florian Silbereisen. Beatrice Egli und Florian Silbereisen, bald zusammen auf dem Traumschiff? Sie möchte mehr vom Leben und steckt voller Pläne. Dafür verlässt Beatrice Egli, 35, auch gern ihre Komfortzone. Im Podcast mit den Waffeln einer Frau von Barbara Schöneberger, 49, plauderte die Schweizerin offen über ihre Schauspielambitionen. Dabei offenbarte sie, dass sie nicht nur von Rollen bei Rosamunde Pilcher und dem Bergdoktor träumt, sondern sich auch vorstellen könnte, eine Gastrolle auf dem Traumschiff an der Seite von Florian Silbereisen, 42, zu übernehmen. Während der charmanten Sängerin für einen romantischen Pilcher-Liebesfilm bereits ein Angebot vorlag, welches sie aus Termingründen leider absagen musste, wartet sie auf den Anruf des Traumschiff-Kapitäns noch immer. Leise Wehmut liegt in ihrer Stimme, als die temperamentvolle Blondine verrät. Ich habe nicht einmal vom Florian eine Einladung auf sein Schiff. Ich singe ein Duett mit ihm, aber vielleicht wäre es jetzt auch an der Zeit, dass wir zusammen auf Schifffahrt gehen. Wie sollte der Bayer ihr diese eindringliche Bitte noch länger abschlagen können? Schließlich ist Beatrice Egli wie ein appetitliches Marzipantörtchen und so voller Lebensfreude, wie es seine Moderationskollegin Barbara Schöneberger im Podcast auf den Punkt brachte. Punkt Beatrice Egli, die Schauspielbranche könnte ihre Zukunft sein Punkt Außerdem sollte Beatrice Gesangskollege wissen, dass jeder Titel auf ihrem aktuellen Album Balance eine Bedeutung für sie hat. Besonders das Lied Herz gesteuert ist ihr ein wichtiges Anliegen. Beatrice lässt auf jeden Fall nicht locker, was ihren Herzenswunsch angeht, und scheint dem TV-Gastgeber zuzurufen. Flori, erfüll mir endlich meinen Traum. Schließlich gibt sie mit einem strahlenden Lächeln noch Preis, vielleicht ist jetzt noch Zeit für die Musik. Und irgendwann dafür gar nicht mehr, dafür voll für das Schauspiel. Das könnte ja alles passieren. Dieser Artikel von DK erschien zuerst in der Print-Ausgabe von Woche der Frau. Weitere spannende Star-News liest du in der aktuellen Woche der Frau, jeden zweiten Mittwoch neu am Kiosk. Die Frau ist in der Stadt, bis zuerst in der Tat seiner Arbeit. Untertitelung des ZDF, 2020